Jo, was geht Leute? Bleibt es mal wieder am Start mit einem neuen Let's Play, nämlich Pokémon Gelb. Ja, ich hatte bereits vor zwei Jahren ein Let's Play davon gemacht und das hier wird eine Neuauflage davon, also ein Replay. Und das mache ich, weil mir mein altes Let's Play gar nicht mehr so gefällt. Also ich mag es gar nicht mehr, es klingt einfach voll kacke, meine Stimme ist am Arsch, mein Kommentarstil ist am Arsch. Und ich dachte mir einfach, ja ein neues und etwas aktuelleres Let's Play muss raus, um das alte wieder gerade zu biegen. Und deshalb auch dieses Replay, ja. So, soviel mal dazu, ich denke zu Pokémon Gelb gibt es nicht allzu viel zu sagen. Ihr solltet bereits alles kennen, was es hier gibt, denn es ist ein etwas älteres Spiel. Hat jetzt glaube ich 15 Jahre oder so, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist es sehr alt, die meisten sollten es kennen. Und ich kann euch hier nicht allzu viel erzählen, denn es ist wie jedes andere Pokémon, man bekommt halt ein Anfangspokémon und man muss alle Orden sammeln und blabla. Also das hier ist der Ursprung von Pokémon. Und hierzu muss ich mich nicht allzu viel äußern, denn das sollte jeder kennen. So, wir nennen uns Bloody, weil Bloody voll geil ist. Und dann noch der Rivale, der soll, ähm, äh, hab ich einen guten Namen gerade parat? Ne, nicht mal, ich nenne einfach Blau. Einfach Blau, weil Blau eine gute Farbe ist und es ist außerdem meine Lieblingsfarbe. Und das kann man so stehen lassen. Bloody, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Klingt sehr traumhaft. So, ich befinde mich in einem komischen Raum. Ähm, könnte ein Zimmer sein. Ist es vielleicht auch, keine Ahnung, kann man nicht unbedingt sagen. Äh, auf jeden Fall gibt es hier eine Super Nintendo. So, und, äh, wir zocken gerade F-Zero oder so. Ich weiß es nicht, was wir gerade zocken. Bestimmt, ähm, Zelda, A Link to the Past oder Metroid oder irgendein gutes Spiel für die Super Nintendo. Für die Super Nintendo. Ist es der Super Nintendo oder das Super Nintendo? Also, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, beim PC hier, äh, gibt es, ähm, einen Trank abzustorben. Den, äh, kann man sehr gut benutzen, um, äh, sein Pokémon wieder aufzuheilen, äh, sollte es irgendwie verletzt worden sein, ja? So, Mutter, richtig. Irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor, ich von nebenan, hat nach dir gefragt. Warum sollte ein alter Professor nach mir fragen? Ich meine, das macht gar keinen Sinn. Und ich find's jedes Mal so erstaunlich, dass eine ganze Stadt nur zwei Häuser beinhaltet. Zwei Häuser, wo sich Menschen befinden und ein Labor, wo sich ein dicker Professor, ein dicker perverser Professor befindet. Ich find das irgendwie voll erstaunlich. So, schlabber mal mit den Menschen hier. Duda, auch ich ziehe Pokémon auf. Wenn sie stark sind, können sie mich beschützen. Warum sollten dich Pokémon beschützen? Ich meine, das muss nicht unbedingt, äh, das heißen. Ich weiß ja nicht. Egal. Duda. Hallo, Bloody. Blau wartet in Opas Labor. Ach so. Ja, das hier ist, äh, Garys Schwester Sarah, glaube ich, hieß die oder so. Auf jeden Fall ist das, äh, Garys Schwester. Und, äh, wer weiß, was ich da, äh, abspielen könnte, sobald, äh, Gary nicht mehr zu Hause ist, ne? Ich meine, Ash wohnt ja, äh, genau nebenan und, äh, da könnte schon was passieren, durchaus. Die Taschnik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Ja, mittlerweile könnt ihr sagen, ja, äh, mittlerweile kann man Pokémon per Wi-Fi rübertauschen oder so, ja? Ich bin Professor Eisgehilfe. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Boah, geil. Läuft. Ich bin Professor Eisgehilfe. Ich studiere mit ihm Pok- Boah, voll individuell, Brudi. Und du? Machst du das gleich schon? Nein, nicht wirklich. Okay. Okay, jetzt ist es traumhaft. Läuft. Gary, du Sack. Ne, Blau. Hey, Bloody. Opa ist nicht hier. Ich bin hierhergekommen, weil er mir ein Pokémon geben wollte. Ach, ne, you don't say. Okay, ja, das scheint nicht allzu viel Sinn zu machen, denn der Professor ist nicht da. Und man fragt sich bestimmt, was, wie, warum oder wieso nicht? Ja, man muss sich einfach mal in dieses Grasgebüsch hier geben. Habe ich das richtig gesagt? Grasgebüsch? Gibt es Grasgebüsch überhaupt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt man einfach in dieses wilde Gras hier. Und dann geschieht schon folgendes. Professor Eis begegnet einem wilden Pikachu. Und ohne zu schwächen, schafft er es, es einzufangen. Was ich nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, er hat einen Meisterball benutzt, den wir nicht identifizieren konnten, weil das Spiel voll geil ist. Und, ähm, ja, auf jeden Fall ist das Pikachu eingefangen, obwohl es keine Pikachus auf der Route hier gibt. Das heißt, Professor Eis hat gerade gecheatert oder hat irgendwie gemogelt in irgendeiner Art und Weise. So, ähm, mal gucken, was er uns jetzt sagen wird. Opa, ich will nicht länger warten. That's what she said. Blau, du bist früh dran. Du solltest doch erst später kommen. Naja, egal. Warte einen Moment. Siehst du dort den Ball auf dem Tisch liegen? Bloody? Das ist ein Pokéball. You don't say. Darin befindet sich ein Pokémon. Nein, echt? Boah, krass. Ich denke es dir. Nimm es dir ruhig, äh, nimm es dir ruhig. Okay. Halt, Opa! Und was ist mit mir? Hab einen Geduld, äh, einen Moment Geduld, Blau. Ich gebe dir später eins. Ja, später, irgendwann mal. Ganz spät. Boah, du egoistischer Sack. Boah, das war voll minderwertig. Nein, Bloody, ich will dieses Pokémon. Bla, bla. Er weiß nicht mal, was sich darin befindet. Blau, was soll das? Bitte, Opa, ich möchte dieses Pokémon. Aber, äh, okay, okay. Behalte dieses Pokémon. Es ist deins. Ich hatte dir sowieso eins gegeben. Später. Ha, irgendwann mal. Bloody, komm zu mir herüber. So, Bloody, ich habe noch ein Pokémon gefangen. Ich gebe es dir. Allerdings ist es ein ungezähmtes, wildes Pikachu. Wie kann er mir einfach so ein, so ein gefährliches Pokémon in die Hand drücken? Ich verstehe es nicht, ne? Ich meine, Gary bekommt das gute Pokémon, das, äh, einem auch gehorchen würde. Und ich bekomme das ungezähmte Pikachu, ne? Boah, ey, voll, voll unfair an sich. So, ich nenne es Sparky, weil Sparky ein sehr guter Name für einen Pikachu ist. Und, äh, Gary möchte natürlich, ähm, sich mit uns messen. Denn er denkt, er wäre besser als wir, was er natürlich nicht ist. Und, äh, ich möchte natürlich, ähm, ja, gegen seinen Pokémon hier antreten und gucken, wer das bessere Pokémon für sich, ähm, beansprucht hat. Habe ich das gerade richtig gesagt? Beansprucht. Kann man das so benutzen, wie ich das gerade gemacht habe? Ich weiß es nicht. So, Dünnerschock auf Evoli. Ach ja, übrigens hat, ähm, 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 hat, ähm, Gary ein Evoli, äh, sich genommen am Anfang, ne? Also, was ich sehr cool finde. Also, falls es euch noch nicht aufgefallen ist oder falls ihr es nicht wusstet, wisst ihr es jetzt. Er hat ein Evoli. Ähm, Evoli ist ein sehr interessantes Pokémon, das, ähm, im Laufe des Spiels verschiedene Formen annehmen kann. Das heißt, man hat einfach sehr viel Auswahl, was man, äh, aus seinem Team machen könnte. Das heißt, es wäre ein sehr gutes Starter-Pokémon gewesen, äh, für uns. Aber leider, ähm, sagte das Spiel nö und, ähm, ich hab's halt nicht bekommen. Ich hätte es aber sehr gerne gehabt, ein Evoli, ne? Ich meine, mit Evoli kann man wirklich sehr viel Scheiß anrichten. Aber ich denke, man bekommt es auch später irgendwo, äh, geschenkt bei irgendeinem Mann. Ich weiß es nicht mehr so genau. Okay, ich werde mein Pokémon trainieren, damit er stärker wird. Bloody Opa, wir sehen uns später. Boah, ich find's voll krass, dass der Professor das einfach mal so erlaubt hat, ne? Ich meine, er hat, er hat einfach, er hat einfach mein Dingens geklaut, also mein Starter-Pokémon, ne? Ich find, ich find das irgendwie voll krass, wenn ich es jetzt mal so Revue passieren lasse. Okay, Professor, ich mach's sehr vorbildlich, so. Pikachu rennt uns hinterher, weil er einfach gerade viel zu geil ist, um wieder in seinen Pokéball reinzugehen. Dann es gehorcht uns nicht. Und, ähm, deshalb, äh, macht es auch nicht das, was es machen sollte. Ja, das Spiel legt, ähm, auf den Anime, ähm, auf. Kann man das so sagen? Legt auf dem Anime auf. Auf jeden Fall geht es nach dem Anime. Und, äh, Pikachu macht genau das, was es im Anime macht, ja. Trotzdem ist das Spiel, äh, durchaus anders, ne? Also, ja, es gibt zwar teilweise Sachen, die, ähm, genauso passieren wie im Anime. Aber trotzdem ist das meiste trotzdem anders. Hab ich jetzt zweimal trotzdem in den Mund genommen. Wie hab ich das denn gebracht? Ich bin einfach nur schlecht. So, ähm, ich hab mir noch keine Gedanken über mein Team gemacht. Äh, ich denke, ich werde, ich werde diesmal ein komplett, äh, krankes Team machen. So, voll, äh, voll anders. Ich glaube, ich werde mir später einen Taurus fangen. Denn ich hab, äh, noch nie einen Taurus trainiert. Und, äh, ich denke, in der, so, so ganz früh im Spiel ist das voll cool, so ein, ähm, cooles Pokémon zu haben, glaube ich. Also, so später, so ein cooles Pokémon zu haben. Ähm, man kann sich natürlich auch die drei Starter-Pokémon, ähm, später nehmen. Also, äh, Glumanta, Shiggy und, äh, Bisasam. Aber ich denke, die werde ich nicht gebrauchen. Also, nicht alle. Vielleicht, äh, Glurak. Glurak ist geil. Ähm, aber Shiggy und, äh, Bisasam weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich denke, ich werde mir ein anderes Wasser-Pokémon nehmen, äh, das ich dann trainieren würde. Denn, ähm, ich weiß nicht. Also, Shiggy wäre voll lame. Also, wenn ich zwei Starter-Pokémon, sogar drei Starter-Pokémon trainieren würde, wäre das voll lame. Und, ähm, am liebsten würde ich gar nicht Pikachu trainieren. Also, Pikachu ist, ähm, kein so gutes Pokémon, wie ich finde. Und ich würde es sofort durch ein Electric, ähm, ersetzen, wenn ich es könnte. Und, ähm, ja, mal gucken, ne? Ne, das werde ich natürlich nicht tun. Das wäre nämlich voll minderwertig von mir. Weil dieses Spiel ja an sich auf Pikachu beruht. Also, das Abenteuer von Ash und Pikachu. Und, ähm, ja. Wir werden halt versuchen, ähm, ihn bei uns zu behalten, solange es geht. Außer er stört und nervt mich einfach nur die ganze Zeit. Dann werde ich ihn freilassen, Mann. Dieser minderwertige Schuft. Ja, mal gucken, was sich daraus ergeben wird. So, wir haben jetzt, ähm, Eis-Paket, ähm, erhalten. Und jetzt muss ich wieder zu Eis hin, denn das scheint Sinn zu machen. Und dann werden wir was bekommen, nämlich den Pokédex. Hallo, Bladi, was geht? Kannst du mir bitte mein, äh, Dingens geben? Bla, bla. Genau, genau. Das ist sehr vorbildlich. Ah, okay. Ein spezieller Ball. Okay, von dem habe ich zwar nicht unbedingt viel mitbekommen. Ich dachte, die Pokédexe würden, ähm, die Pokédexe. Ha, gibt es die Pokédexe? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall dachte ich, dass die Pokédexe in diesem Paket drin sind. Aber anscheinend war es ein spezieller Ball. Vielleicht war es nicht der GS-Ball. Ne, der GS-Ball kommt erst später in der zweiten Generation. Egal. So, gib mir, äh, das Dingens. Das Pokédex. Das Pokédex. Den Pokédex. Boah, mein Deutsch ist heute so schlecht, ey. Okay, boah, das ist voll geil, Professor. Das machst du sehr vorbildlich, Mann. Lass mich gehen. Oh, mein Gott. Texte mich voll, Mann. Was geht? Lass mich gehen, ey. Alles klar, überlass es ruhig mir. Ich mache alles, was du möchtest. Ja, wir haben jetzt den Pokédex erhalten. Und der Professor möchte, dass wir den auch füllen. Also, alle 150 Pokémon erhalten. Und es gibt, so gesehen gibt es 151. Also, es gibt noch Mew. Aber Mew wird irgendwie nicht mitgezählt, was ich nicht nachvollziehen kann. So, ähm, bei Garrys Schwester finden wir noch eine Karte. Äh, die solltet ihr euch krallen, denn ich denke, später kann man die nicht mehr von ihr bekommen. Was ich nicht verstehen kann. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Karte, was sehr cool ist. Ist mein Pikachu noch geschwächt? Ja. Kann ich meine Pokés bei meiner Mutter aufwählen? Mutter, kannst du mir kurz mal helfen? Frau, du da. Genau du. Ja, ja, genau. Genau. Läuft. Ich hab zwar die Textgeschwindigkeit, ähm, auf das, also, auf das Maximum gestellt, aber trotzdem kommt es mir sehr, sehr langsam vor, ne. Naja, so, ähm, wir sind jetzt bei 12 Minuten, ey. Also, ich hab das schon sehr gut hinbekommen, das mit dem Anfang hier. Und ich hab bisher sehr viel gelabert, was mich irgendwie sehr freut. So, ähm, ja, was könnte ich noch für mein Team so, ähm, einfangen? Mir fällt jetzt nicht unbedingt was ein. Ähm, ja, es gibt hier, eigentlich gibt es sehr viel Auswahl in diesem Spiel, ja, weil man hat ja 150 Pokémon, ähm, nicht unbedingt, aber man hat schon, äh, sehr viel zur Auswahl. Und, äh, ich werde mir etwa, also, ich werde mir schon Gedanken machen, um, ähm, ein etwas anderes Team zu machen, ne. Also, ich, die meisten machen ja immer die gleichen Teams, also, sie nehmen ja, ähm, ähm, warte, ich muss kurz meinen Pikachu hier trainieren. Ich werde mal versuchen, jetzt auf Level 8 zu bringen oder Level 7, keine Ahnung, und, äh, einfach mal gucken, äh, dass hier Taupsis vorbeikommen und, dass wir das halt machen. Und, äh, ja, ja, die meisten nehmen immer, ähm, Standard-Pokémon wie Pikachu, dann später Glomanta, Shiggy und, äh, vielleicht noch Brisasam und dann noch zwei weitere sowas wie, ähm, boah, ich weiß jetzt nicht, was nimmt man so gerne in so einem Spielverlauf. Ja, entweder Nidoking oder sonst noch was, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr banale Pokémon, die irgendwie jeder nimmt. Also, so Mainstream-Kacke ist ja bei mir nicht unbedingt gefragt. Ja, auch Taupsi nennt man auch gerne, also, ein Tauboss ist, äh, später auch sehr nützlich. Und, ähm, ich werde mal versuchen, diesmal ein sehr, sehr individuelles Team zu erstellen, ne. So, etwas ganz, ganz anderes, das man an sich gar nicht benutzt oder einfach gar nicht gewohnt ist, ja. Und ich werde mir Gedanken machen, also, Tauros ist schon ein Pokémon, das ich benutzen werde, da ich es noch nie benutzt habe, ne. Ich weiß zwar, dass es schwer ist, einzufangen in der Safari-Zone, aber ich werde es irgendwie schon hinbekommen, ne. Ich denke, so behindert bin ich ja auch nicht, ne. Ich meine, das wird schon irgendwie klappen. Und dieses Training hier könnte durchaus lange dauern, ich hoffe mal nicht. Aber wir, wir haben Zeit, ne. Ich dachte nicht, dass ich so schnell vorankommen würde, hier am Anfang. Und, ähm, ja, ich denke, ich kann mir etwas Zeit nehmen, um meinen Pikachu zu trainieren. Ich könnte auch meinen, ähm, Speed-Button hier benutzen, um das Ganze zu, ähm, also zu, ähm, verschnellern. Oh mein Gott, mir fällt gerade das andere Wort nicht ein. Zu beschleunigen, genau. Boah, mein Deutsch heute, ey, das ist der Wahnsinn. Ja, ähm, ich könnte es dann nicht so machen, oder ich könnte es einfach offscreen machen. Aber, ähm, ich denke, ähm, das werde ich auch tun. Oder, ne, Level 7 sollte reichen, um, äh, Gary auseinander zu fetzen. Ne, aber ich gehe auf, ich gehe lieber auf Nummer sicher, ne. Ja, Leute, ich trainiere kurz mal hier und, äh, wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, ja, ich habe jetzt etwas trainiert und mein Pikachu ist etwas stärker geworden. Es ist auf Level 10. Und, ähm, ja, ich muss aber auch kurz sagen, dass ich zweimal verloren hatte während dieser Zeit. Einmal gegen ein verkacktes Taupsi, das, ähm, zwei, dreimal Sandwirbel eingesetzt hat. Es hat mich zerstört. Es hat zwei, dreimal Sandwirbel eingesetzt. Und dann die ganze Zeit windstoß, bis ich gestorben bin. Es hat mich einfach pulverisiert und mich zerstört. Niedergemetzelt. Dann habe ich nochmal gegen Gary verloren. Weil sein Evoli einfach schwul ist und auch die ganze Zeit Sandwirbel angesetzt hat. Was haben die mit diesem verkackten Sandwirbel, ey? Auf jeden Fall habe ich mich aufgeregt, was schon sehr krass ist, äh, für den ersten Part. Und, äh, das hat mich aber irgendwie erfreut. Ich meine, komm, in der ersten Gen so eine Herausforderung ist doch schön, ne. Ich meine, ist doch gut, wenn man sich aufregt, ne. Das zeigt, dass das Spiel Potenzial hat und dass es, ähm, ja, es ist gut ist. Habe ich das gerade richtig ausgesprochen? Nein, egal. So, Habitat sollte sofort sterben, hoffentlich. Nein, egal. Er macht Heuler und, äh, sinkt dadurch meinen Angriff. Ich denke, äh, früher gab es ja noch keinen Spezialangriff und keinen, ähm, also, keinen Angriff und Spezialangriff. Spezialverteidigung, Spezialdingens, keine Ahnung. Ich bin gerade voll durcheinander. Und, ähm, äh, ich denke, das gilt einfach für den Spezialangriff und, äh, für den normalen Angriff. Deshalb werde ich hier die ganze Zeit Routenschlag einsetzen und, ähm, versuchen, die Verteidigung von Evoli so zu senken, damit ich es mit, ähm, Döner, äh, Schock töten kann. So, ich habe es zweimal angesetzt. Äh, ich denke, ein weiteres Mal, ähm, sollte es bereits machen. Aber ich, ich versuche es einfach mal so, ne. Oh mein, oh mein Gott, der verliert ja fast gar nichts. Ist das Spiel, das Spiel ist ein Arsch. So, nochmal Routenschlag. Der macht, ha, 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 das wird jetzt cool, ey, das wird voll cool. Okay, ich habe es geschafft, ey, irgendwie habe ich es geschafft, keine Ahnung wie, ähm, auf jeden Fall war das voll nicht cool. Das Spiel hat mich voll scheißen getan. Und das Ebola hat wieder zwei, dreimal Dinge uns eingesetzt und das war voll schwul, ey. Okay, so, Heuler, ähm, ist nicht übel. Äh, Routenschlag ist aber auch gar nicht mal so schlecht. Ich denke, ich mache Heuler weg, denn, ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube, das war zwar gerade dumm. Es hat nicht so viel bei, ähm, also Routenschlag hat jetzt nicht unbedingt so viel bei Evoli gebracht, was mich sehr gewundert hat und mich sehr enttäuscht hat, vor allem. Ja, okay, wir können nicht in die Pokémon-Liga, da wir nicht alle Orden besitzen, bla bla, geh weg, Gary. Sorry, okay, sehr gut. Sehr gut, und jetzt können wir wieder zurückgehen und uns dann, äh, zum Vertania-Wald begeben, ja? Das könnte nach einem Ziel klingen, das ich auch, äh, dementsprechend machen werde, weil das ist, was wir machen müssen, ja? Scheint Sinn zu machen. So, kurz meine Pukes hier auffallen. Die Mucke ist so geil, voll der Ohrwürm, ey. Ich sollte mir definitiv noch ein weiteres Pokémon einfangen, um, ähm, einfach, um ein weiteres zu haben, falls ich auswechseln muss, um was zu machen, so, äh, um die Verwirrung aufzuheben oder sonst irgendwelche Statuseffekte, die gerade voll kacke sind. Und, äh, das werde ich definitiv auch mal tun demnächst, ne? Ich habe endlich mal einen Kaffee bekommen, natürlich kann's so passieren. Es tut mir wirklich leid, dass ich so grob zu dir war. Vielseh, ich besitze einen Pokédex. Alles klar, okay, zeigt mir, wie man Pokémon einfängt. Das werden wir auch sehr gekonnt skippen, äh, weil es voll blöd ist. Sehr gut. Ja, er hat es nicht geschafft, äh, dieses Ratz-Ratz einzufangen, was ich sehr cool finde, irgendwie, ne? Der hat voll gefällt. Und, ähm, ja, Leute, ich denke, das reicht mal für diesen Part hier. Äh, wir haben jetzt sehr viel erreicht. Wir haben jetzt, ähm, einen Starter-Pokémon bekommen. Wir sind, äh, zuerst in den Start angekommen. Wir haben Gary gebeefed. Ich habe mein Pokémon etwas trainiert. Und jetzt können wir uns zum Vertania-Wald begeben, der uns dann zur ersten Stadt, nämlich Mamoria City, hinführen wird, wo sich der erste Arena-Leiter befindet, den wir kloppen müssen, nämlich Rocco. Ja, das werden wir alles im nächsten Part sehen, Leute. Ich bedanke mich, leider, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch dieser Part hier gefallen hat, oder wenn euch dieses Let's Play bisher gefällt, könnt ihr mich gerne mit einem Daumen nach oben unterstützen und, äh, mir damit sagen, dass euch dieses, ähm, Let's Play gefällt, hab ich gerade gesagt. Und, ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich sage Tschüss, danke fürs Zusehen. Euer Bladius. Wir sehen uns im nächsten Part included. Ich sage Ihnen, Ph Vielen Dank.